Wir sind auf der linken Seite umfahrend, okay. Gerade Straße fahren ist enttötend. So, dann hängen wir uns mal an, wie auch immer das geht. Ist eigentlich im Tacker irgendwas drin, nur falls die Autos auf Sprit laufen. Aber vielleicht zieht das dann nicht, weil da vielleicht schwerer muss. Das koste ich schon, es geht doch um den Auflieger, oder? Weiß es nicht. Aber doch, ich könnte schon reichen. So eine easy Strecke zurück. Ja. Wir sind gerade eh gut bergabgefahren, wir können auch mal von da hochkommen. Weil mit dem Aufleger. Ja. Dann bringe Aufhänge. So. Okay. Habe ich. So, erst mit dem Aufleger. Ist nicht lustig. Ja. Die Sound ist weg. Eins. Ja. Oh mein Gott. Kannst du mir bitte Gas geben? Kannst du dir stecken? Kannst du dir stecken fest? Was? Schick dich auf, ich warten dürfen. Jetzt geht's wieder. Ja, bei mir nicht mehr. Du musst erst L, weil du ein bisschen vorankommst und auf A umschalten. Dann geht's meistens erst durch. Okay. Ja. Ich zieh mich mal weiter. Nicht. Ach du Scheiße. Du willst dich ja gar nicht, Alter. Ja, das war's bei mir. Was? Jetzt schon? Ja, ich komm nochmal, ne? Scheiße. Ja. Ganz langsam komm ich voran, aber das ist eigentlich, ja. Hm. Ähm. Also ein Stückchen zurück. Ich habe fast das bisschen aufgelöst gerade bei mir. Tatsächlich. Okay, Nikola. Na, gönnt ihr mal. Ja, ja. Okay. Ja. Ja schön. Das ist gerade gar nicht gut. Danke. Oh, was war der Fall mit dir? Mein Gott. Jetzt gibt es Schluss, jetzt muss ich mich schon mal anhängen. Ja. Ah! Ja, ja. Ich bin und lieblich gefängt, mich. Auf keinen Fall da auf die Straße und dann bist du ja raus. Und hier ist es easy, Nico. Hier, wo ich bin. Da hab ich alles da. Schön. Oh, es regnet auch noch, Nico. Und nein, ey. Das müssen wir locker schwerer machen. Das braucht eigentlich nicht mehr Schrank. Ja. Komm schon auf den Berger, dann kommt Nico. Oh Scheiße. Wir müssen erst die Brücke bauen. Gut vor es. Was? Ja, wirklich. Ja, wirklich. Weißt du jetzt, was wenn du den Tag auf die GES-G-Wachstuhl hast, bis wir dann später auch wieder abholen? Ja. Denke ich mal. Ich glaube nicht, dass er gesettet wird. Unbedingt. Was? Wenn du jetzt mit dem Truck-Bieter bist, dann ist der Anhänger dabei. Was soll ich? Ja. Komm schon. Okay. Ja, Nico. Entschuldige Last gegeben, ne? Ja. Was war's das? Ja, der Strecke. Der ist für mich schon, Alter. Ich probier mal Last lieber. Ich fahr... Nee, mach nicht Last. Kein Fall. Sobald ich mich festfahre, dann... Ja, sonst bist du so langsam. Ja, dann auch noch Last. Aber mit Last... Ja, aber sobald ich mich festfahre und dann erst Last mache, dann war's das schon möglich. Ja, aber... Ja, aber Last... Ich weiß nicht, was du echt... Gefühlt ist, Last bist du gut. Finde ich schon. Finde ich schon. Aber das Problem bei... Ja... Wenn du halt schon langsam bist und voll fährst, dann fährst du dich halt komplett fest. Mit Last kannst du dich dann noch befreien. Es geht langsam voran. Ich weiß halt nicht, ob ich's komplett schaffe. Ja... Das sieht ja gelockier aus. So lange bewegt, alles gut. Wir müssen hier richtig einkraben. Ja... Du hast das dann echt ein bisschen so langer bei mir gerade. Oder ich grabe dich gerade ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fahr rechts durch die Bäume. Abkürzen. Ja, dann auch wieder eine absolute Strafbedarf neben uns, Nico. Ja. Oh nein. Du kannst dich auch mir hochziehen, Nico. Mach nichts. Nee, nee. Ich will da rechts fahren. Abkürzen. Ich hab das noch nicht vor. Ich weiß nicht, ob ich's links schaffe. Das ist das Problem. Ja. Warte nicht. Ich bin oben. Darf ich mal wieder hochziehen. Weil es ist schlecht. Nee, ist nicht gesagt, dass ich's schaffe. Fahr ruhig vor. Ich möchte sowieso noch ein kleines bisschen brauchen. Naja, ich probiere hier hochzukommen gerade. Ich hätte stehen bleiben dürfen. Ja, einfach schon. Ist das Protophan, ja, ne? Ich glaube, ja. Ja. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Da kommst du, Nico. Easy, easy. Ich verarsche. Soll ich mal blockieren? Äh, ich... Ich hab's vielleicht... Kann ich mich nicht... Nee, ich möchte mich nicht mal mit dir festhalten. Nein. Mach doch, mach doch. Los. Nee, ich schaff's. Ich hätt sonst ne Stromast genommen, aber... Peter! Lied es langsam voran. Jetzt hab ich ne Stromast hier. Stromast, Stromast. Stromast! Okay. Hat gepasst. Das war nur ein paar Zentimeter. Das war nur ein paar Zentimeter. Das ist voll. Das ist sogar voll. Da wird dann ein bisschen Krissigkeit drin angezeigt. Okay. Vielleicht kommst du ja mit der Tanklasser uns voll zusammen. Aber dann kommst du jetzt voll. Kann ich fahren? Ja, langsam. Ja. Mir geht's eh nicht weg ab. Ich war gleich wohl richtig. Nee, nee, Nico. Was war ich zu verhindern? Wenn ich jetzt zurückkommst, hast du gelitten, Alter. Das kann ich mal. A nehmen. Ja, jetzt. Das ist gar ganz schön schwammig. Äh, schlammig. Schwammig. Was? Und tanken die fallen sicherheitshalber? Ja, ich würde auch sagen, wir können nur gucken, ob wir den auch tanken können. Ja. Sicherheitshalber. Was er zum Kotter zu blicken geht. Adam kommt da. Ja. Hoppeter. Und tankstall rein. Rums. Feuerball. So, und Chunko-Flieger. Der ist voll. Ja, das war ja. Scheiße. Okay. Ey, Nico. Ja. Wir können aber nicht oben rumfahren. Komm auf der Map, weil das nicht ein bisschen gefallener Strom ist. Ich glaub, da kommen wir nicht dran vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich durch die Farm fahren erstmal wieder, ne? Oh, shit. Also wir fahren dann wieder mal eine Straße. Ich hab keine Wahl. Ich hab keine Wahl. Bis zum Ziel tatsächlich. Mhm. Dauert ein Moment jetzt erstmal. Ja, ja. Okay. Okay. Jetzt müssen wir ja nur nachfahren. Okay. Das ist überhaupt egal. Let's go! Ja. Okay. Ja, dann kannst du 15 fahren. Also. Also. Wir hätten übrigens, als wir gesehen haben, dass mein Tank voll ist. Ja. Hätten tanken können. Also, beziehungsweise erstmal schauen können, ob mein Tankdenken voll ist. Weil dadurch wär's leichter, wenn wir die jetzt leerer machen würden. Ja, ne. Hätten wir da auf tanken, nicht von der Tankstelle. Passt schon. Hm. Mh. Geht der Bike ab, Nico. Ho-oh. 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 Hast nichts gesehen. Ho-oh. Ho-oh. Warte mal wieder auf dich. Auf jeden Fall mit Last hier durch, ey. Äh. Ja. Ich hab grad schon gemerkt. 2-3 Minuten hier. Ah, hier hab ich. Was? Was ist Last? A ist automatisch, oder was? Ich weiß nicht genau, ob er für was A steht. Äh, Nico, warte mal, du musst dich gleich schon ziehen, ey. Ja, ich komm nicht mehr voran. Ja, aber zieh mal. Jo. Komm, kommt mal so. Ähm. Ähm. Machst du? Ja, ich zieh mich mal nicht, okay. Ich kann da helfen, und so. Äh. Nico? Ich komm kaum voran. Ich helf mal, ich zieh mich. Gib Gas. Tu ich. Aaaaaah. Scheiße. Hilfe, Hilfe. Oh, oh. Jetzt. Ich kann mich ganz langsam befreien. Ich gebe jetzt noch Gas, Nico. Ha. Sehr schön. Ich zieh dich hier raus. Ja. Das muss noch der Anhänger da durch. Ja, ja, easy. Übrigens bei Anmerken, dass alleine mein Anhänger schon allein zwei Tonnen Inhalt hat. Ja. Was? Zwei fucking Tonnen. Ja, klar. 2000 Liter. Ach, das ist nicht schwer. Äh. Du musst. Äh, ne. Dings. Selber. Der Anhänger. Naja. Geh das vorne, oder musst du schon mal anhängen? Ja. Es geht. Langsam aber ja. Ja, nach Protokinen sein, weil er nach dem Foto hat ich über Wunsch mich verbremsen könnte. Haha. Okay, wir treffen uns unten die Kopf. Ja. Wenn nicht, dann wir leben. Die Automatik. Echt ein Junge. Warte mal wieder auf das. Ja. Spann nur so langsam. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da wollen wir uns nicht das Tankaufleger haben, die Idioten, ey. Warum stellen die denn hier mit dem Wald ab? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Zwischenstamm durch. Das müsste doch nicht durchkommen. Oh, ich hätte beim runterfahren A nehmen können. Ja, das wäre schon gehabt. Wäre es auch rüberladen können. Hätte es heute Gas geben. Das war so langsam. Ja, hier ist gerade. Wollte auch nicht. Ja, aber Matze. Mein Ding wiegt insgesamt 6-7 Tonnen. Ich muss kurz mal mit dem Schlamm drüberrasen. Aber ich will jetzt mal kritisch werden. Äh. Ja, ja. Ja, ich habe es geschafft. Ja, das ist schön für dich. Du bist jetzt hier schon Schlamm, Alter. Das hat er rechts haben. Ja, schaffst du nicht. Ich nehme dich mal mit, ne? Ja. Ja, ist okay. Alter. Schwer, ey. Ich will auch fest sein, wenn das Team überhaupt hier ein bisschen ran bekomme, ey. Um mir noch Gas zu geben dabei. Ja. Okay. Okay. Jetzt einfach hier irgendwo auf festen Grund, bevor du dich anhängst. Sonst bin ich ripp. Ja. Jetzt erstmal hier rüber. Aber es fängt durch, fällt durch. Mir ist auch egal. Oh, oh. Ich fang fest. Ah, war keine gute Idee. Oh mein Gott. Kannst du von hier, ne? Nein. Denk ich mal nicht. Ich probiere es mal. Nee. Abstand nicht. Das Einzige, was ich habe, ist der Baum links. Und es ist nichts. Äh, ja. Der Tank ist bei mir von einer Zeit. Nicht so klappen. Jawoll. Easy, Junge. Okay. Kannst du davon mal Gas geben? Na ja. Anhäng, angehalten lassen, würde ich sagen. Und so. Ja. So ein Typchen dieser. Oh, ich muss ein Blaststellen. Ich rufe mich hier ein. Okay. Hm. Wird knapp vorne. Ja, passt. Scheiß, fahren wir, ey. Guck mal, das liegt vor mir allein. Das fahren wir da durch. Ich rieb mir. Ach, du Scheiß. Nee, nee. Komm, du brauchst nicht mehr raus. Du brauchst zwei. Oh, oh. Ich fäng fest. Warte. Ziemlich. Oh, 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 oh. Ich komm. Ernst. Okay. Ja. So auf A spielen. Weil ich verschwetzen sogar. Erstes müsste alles normal sein. Ja, auf A wieder stellen. Stimmt. Weil ich nur schön langsam bin. Ich könnte jetzt durchpulvern. Warte mal, ob das schon mal. Ich... Ja, frag mal. Ja, ich nehm' da mal auf. Ja, warte mal. Ja, du musst noch einen Anhänger dran. Komm. Ja. Immer noch so'n 5er Sattel zu. Alter. Ja, Mann. Äh, warte mal. Ich komm mir, glaub ich nicht mehr weg. Warte mal. Wobei... Kann ich... Da, ja. Ich kann mich da hinziehen. Ja. 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 Sehr schön. Ach, jetzt darf ich das schaffen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, es geht sehr schnell voran. Und dann... Ach, da in der Tenne. Ja, jetzt... Strommast. Strommast. Ist aber auch in der Tenne, ey. Ah... Okay, phaserweise. Oh mein Gott, ich muss ja schon weiter rein, die Kritze. Halt sich wohl gut aus bei dir? Ja. Ja! Ah, genau. Und bei mir schon mal. Oh, du bist ein ganz kleines bisschen am Arsch. Ja, hab ich auch schon ein bisschen mal gehabt, bis ich wieder gefahren bin und wo durch. So, wir fahren, oder? Warte mal auf dich. Komm, warte mal auf dich. Warte mal auf dich. Komm, du bist einfach zurückzufahren, da. Jetzt willst du wohl haben, komm schon. Ah. Komm, hier ist Affalt, Junge. Ganz nach vorne. Ja. Okay. Ja, jetzt kannst du langsam fahren. Wirklich langsam. Ja, machen wir es auf der Innenperspektive. Go, go, go. Ja. Wir lachen, ne? Aber wirklich go. Go, 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 go. Oh Gott, ich bin ja kurz drauf gefragt. Ich kann dich nicht anmachen, kann ich dich nicht anmachen? Oh, stimmt. Ich hab Gas. Ja, ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Äh, oh oh. Gut, glaubst du nicht, Nico. Gut, dass ich jetzt das rausgetappt bin ich vorher schon. Ja. Oh, witzig schnell. Oh nein. Äh, wie sind wir die Außerrippen, Nico? Ja. Ja, okay. Ja, doch geht's. Geht's weiter. Ja. Ich hab da eigentlich keinen Bock hier irgendwie stehen zu bleiben. Ja. Ey, die Tour. Also, wie viel... Oh scheiße, jetzt komm ich nicht voran. Oh nein. Oh scheiße, bis jetzt. Ich hab das wieder falsch. Ähm. Warte. So. Ich... Warte, okay. Winde, komm, 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 komm. Na. Sagt Till, geht's? Ja. Ich da. Da. Ja. Ja, ich kann mich an die Bäume ranziehen. Ja, Bäume. Ja. Die täglich neue gepflanzt werden, ne? Ja. Ja. Aber du brichst auf jeden Fall. Ja. Weil die Markierung vom Hänger weg ist. Ja. Da kommt er. Die Liste. Und bei mir ist wieder Asphalt. Nur noch, ne? Ja. Gucken wir sich kurz davor. Ja. Wir können reizend werden. Ja, gut. Aber ich hieß, viele Sachen, wo ich mich dranhängen kann, zum Glück. Ja. Wie plötzlich wie mir. Das stimmt. Ne, ich würde gerne mal davon... Nein. Wir machen das alte Asphalt wieder, Nico. Easy. Das ist so. Ein Stückchen. Wobei danach nochmal, glaube ich nicht. Wenn wir den Stock nochmal ein Stück machen. Okay. Wie läuft? Die Vorderräder haben jetzt ein Skrip. Ah. Es geht. Also ich schaffe es dann gleich noch sehr langsam. Du wirst mit dem Deck anfahren, ey. Von mir. Achso, ich muss mir auf A stellen jetzt so langsam. Jetzt kann ich mir mal Gas geben. Wow. Aber es fällt erst mal direkt auf L gelassen durchgehend. Okay. Ja. Echt schon, Junge? Jo. Du wirst uns das Stückchen jetzt schon gebaut haben. Ja. Weh, die kracht ein. Ich hau' schon ab, ey. Wow. Ja. Das wäre schon ein Sound. Nice, wenn die jetzt einfach runterfallen würde. Ja. Aber ausgleich die Scheiße. Ein bisschen. Oh, äh. Ich hab' die Kurve... Ja. Oh, okay. Fast. Wow. Alter, wo fährst du hin? Ich hab' halt geschaut. Hä, hihihi. Der Kamera... Da bin ich hier denn richtig gegangen? Ab, oder? Äh. Fahr! Fahr! Ich geb' Vollgas. Hä, ich zieh Niko. Auf'n Platz. Ey, Niko? Hier war was. Oh mein Gott. Wasser! Oah. Ja, ja. Oh mich? Ich weiß nicht. Oh Gott. Nur auf A lassen. Jetzt kannst du langsam. ich habe das glaube ich geschafft ja da steht nämlich auch noch mit hier okay das ist vollgas aber wirklich vollgas ja ja ich häng dir ganz schön drauf ja ich glaube ich nicht viel Ah, eben Flush, maybe. Also gerade da, Nico hat gechafft. Yay. Also jetzt Crash, alles immer neu. Und jetzt hier rechts, da links war nicht. Was ist hier links? Oh mein Gott! Ja, nicht unbedingt, wird doch später fangen können. Aua! Ich hab sechs Schaden bekommen, weil ich da gegenseitig war. Ach, weil du mich da gegenseitig hast. Schade, aber ich hab zu viel, keine Ahnung. Sorry, ich hab halt nicht durch. Äh, ja. Schön. Oh. Hä? Oh, da bin ich gegengefahren. Upsi. Ja, wir haben ja jetzt geklappt. Ja. Richtig ziehen. Okay. Du bist hochgegangen von der Animation. Ja, du ne, Alter. Punkt hat's gemacht. Schön, 2800. Oh Gott, Alter. War was anstrengend. War es 2800, Nico? Wieso haben wir die 103 Schaden zusammenbekommen? Irgendwie die späteren werden ja mehr noch geben, zum Glück. Von Leuten ein Container können wir halt nur schon nicht machen, weil Kran. Genau. Dann Dicen, diese können wir mal schon. Rotträume... Rotträume, ja, ja. Sattel hoch erforderlich. Ja, mein ich. Ähm, und Test, äh, Forwarding. Werkzeuglieferung können wir machen. Äh, nein, nicht rausgehend aus dem Map. Hallo. Stopp. Ich tue gerade alle Tassen falsch, Alter. Äh. Arbeit für echte Kerne? Das könnten wir mal... Wir waren ja näher. Wollten wir immer hinten hinfahren. Äh, was haben wir noch? Materialbestellung. Wo ist denn das? Auch da oben? Äh? Zerstörte Bohrenlage könnten wir machen. Theoretisch. Auch wenn wir alles mal zurückfahren müssen, dann nochmal hierher fahren müssen, ungefähr. Äh, Nico? Wobei. Hm? Ganz kurz. Ja? Äh, warte. Ach, scheiße. Warte mal. Äh? Einfaches da. Äh, Arbeit für echte Kerne. Wie ist das, Nico? Weil ihr braucht Betonplatten und, äh, Erlastzteile, ja? Ja. Aber Betonplatte ist doch schon bei der Markierung, wo wir hin müssen, oder? Gleich. Ist schon da. Oh, Erlastzteile sind unten. Scheiße, weil ich dachte gerade, wir machen erst Materialbestellung. Und dann müssen wir nämlich die Sachen von unten dahin fahren. Dann können wir da oben einfach halt die Mission annehmen, die nächste. Aber leider ist das ja nicht ganz richtig, weil da das Ziel ist. Scheiße. Hm. Also Werkzeuglieferung ist easy. Das ist unten bei unserer Werkstatt. Also fast wenn wir mal wieder crashen, oder ich unten bin, dann können wir das machen. So. Genau, deshalb. Aber erst dann. Ja, Nico. Ja. Siehst du das bei der Farm, irgendeiner Geländewagen? Ist das ein Fahrzeug, was wir dann haben? Maybe? Oh. Oh. Scheinbar, ja. Wir drücken da den Satz dazu, gibt es auch. Neue. Stimmt. Aber was du dann hast, sicher nicht. Ja, mal gucken wie es denn ist. Dann musst du halt die Fahrt halt... Das ist ein... Das ist ein... Den Kauf auf dem Fahrzeug wahrscheinlich auch. Und die geborgenen Talmussern. Dann packst du die Mauten. Ich nutze die halt mit. Keine Ahnung. In Not. Ist doch scheiße, aber... Die halt ich zweimal. Wollen wir da, wo wir jetzt sind... Weil... Wir brauchen noch von der Farm was. Shit. Wir brauchen einmal Ersatzteile, die wir auf A für welche Kerle da oben machen. Und wenn wir die Materialbestellung machen, brauchen wir von der Farm was, ja. Wir könnten eigentlich zurückfahren zur Farm, da die Verbrauchsgüter holen, dann wieder hierhin fahren, wo wir jetzt stehen, die Metallplanken holen, oder andersherum, und dann nach ganz da oben fahren. Dazu Smithville-Talsperre. Wir könnten auch jetzt einfach bergen lassen, da sind wir bei der Werkstatt, ja. Und dort die Werkzeuge mitnehmen, dann zu Farm fahren, die da abgeben, und bei der Farm dann die Sachen holen, die wir brauchen, und nach oben fahren. Das stimmt, ja. Oh, wir brauchen nochmal... Wir brauchen nochmal... Weil ich Bergen immer nehmen finde eigentlich, aber andererseits ist da hinterher zu fahren, wird um Ewigkeiten dauern, und wir müssen auch ein bisschen einen Spielfortschritt haben. Ich werde für die Berge-Option. Genau, das heißt, wir machen die Werkzeuglieferung, nämlich den... Schiebeplatten, ob da drüber da... Okay. Ja. So, das heißt, erstmal bergen, und dann das machen. So. Äh, hast du angenommen schon das Ding? Äh, ja. Okay, ich... Also, dann nehmen wir noch. Schöpfe. Folge starten. Äh, Farm. Hier können wir fast schon auswählen mittlerweile, ey. Ja, ja. Da sind wir, wo ich dann rechts rein muss. So. Also, dann fahr du ruhig mal vor. Dann nimmst du nämlich gleich den Anhänger. Dann fahr ich vor. Ja, genau. Weil es ja nur zwei Meter sind, aber hey. Wo ist denn der Anhänger eigentlich? Bei der Farm. Ah, hier. Lol. Ne, ne. Wir müssen uns verfahren bringen. Ich bin fast ohne Lieferung losgefahren gegangen. Achso, achso. Oh. Äh, stimmt. Hä? Ups. Äh, das hab ich deswegen gemacht. Wie tue ich eine Anhänger schon gemacht? Äh, Anhänger schon. Genau. Fertig. Gut. Dann, äh, ja. Gut, dann fahr ich mir vor. Ich... Wie schwer das Ding ist? Ne, ne? Ich glaube nicht. Ne. Oh, echt nicht gar schlimm. Ja. Oh, wenn ich jetzt ein Timeout hab, dann würde ich auch Anhänger. Wahrscheinlich. Oder anhäng ich in der Randhof ohne mich, maybe. Weiß gut. Schau nur mal. Werde es hoffentlich nie herausfinden. Ja. In sich fahren, Alter. Ja. Sagst du, wenn ich langsam fahren soll? Alles in sich. Das Ding mal. Gut. Oh, Wasser. Gas. Das ist ja voll easy ohne Anhänger, ey. Ich gucke auch grad easy durch, dass der Fisch. Ich weiß halt nicht, ob irgendwann was drin ist. Slash drauf ist. Aber easy durch, Nico. Äh, ich hab mal so einen ganzen Slack, dass das... Hängst du fest? Äh, naja, lass den jetzt. Aber langsam halt. Yeah, langsam. Ich hab. Nein, ich hab mal so einen R Sorry. Ich hab's genau so einen Rettungszimmer. Und, ich hab mal so einen Rettungszimmer vor communicativen Grad. Okay. Ich hab's mal so einen Rettungszimmer aufgefahren. Nicht zu gemütlich einlenken. Gibt Gas. Ja. Hast du hierhin reingefahren, die Mitarbeit? Hm? Nee. Okay, dann hast du ein Lenk gehabt. Das war ich bei dir woanders. Nee, ich bin neben mir. Du bist natürlich ein Stipid. Nee. Ich stehe ein paar Meter weiter von dir weg. Du stehst da vor dem Strom, was? Nee. Ich stehe neben dem Zaun. Ja, vor dem Windmüter da. Ja. Oh, der ist der Windmüter, ja. Vor dem Windmüter bin ich fast von drei gefahren. Du hast dich knapp in der Abkürzung genommen. Nee. Du hast ja Abkürzung weit... Also, ich war schon halb auf der Farm, als du die Abkürzung genommen hast. Also, bei mir war ich nicht weit weg. Bei mir warst du schon einmal tippet. Bissigerweise. Hm. Das war auf jeden Fall ein Lag. Was? Schock? Easy. So. Äh. Ja. Dann. Jetzt müssen wir mal schauen. So, wir wollten jetzt... Es geht weiter. Die Farm hat noch weitere Anforderungen jetzt. Oh mein Gott. Das wäre das Ende dann. Äh. Was ist das denn eigentlich? Äh. Jetzt sind unteren die Hochgriffswischen und alles gut. Äh. Das ist Arbeit für echte Kerle. Ne, oder? Ne. So falsch noch. Stopp. Materialbestellung. Ach, genau. Das sollten wir machen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier... Zwei Stück. Und dann da, wo wir eben waren, ein Stück. Das heißt, jeder nimmt sich hier... Achso. Ich sollte den Auftrag vielleicht annehmen sollen. Oder jeder einen, ja. Also, jeder einen Verbrauchsgut. Okay, machen wir jetzt so. Ja. Verbrauchsverwaltung. Ach schon. Dann... Ich jetzt zurück. Bessen, oder? Äh. Jetzt sind oben in die Schlacht wieder fahren. Warte mal ganz kurz. Was ist da? Essens... Aber wie geht denn nicht? Hast du diesen Auftrag vor uns? Den nehm ich mal grad noch an. Also... Ja, genau. Das ist da... Was wir machen können. Oh. Ähm. 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 Mhm. Ich häng hier eventuell gut fest. Oh mein Gott. Ähm. Könntest du bitte? Ja.